Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Rezept für euch, ein veganes, rohköstliches Rezept. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich Zwiebeln lecker, rohköstlich herstelle. Viele von euch kennen wahrscheinlich die panierten Zwiebelringe, die so eine Panade mit Weizenmehl und noch anderen Zutaten haben und die dann in heißem Öl frittiert werden. Diese Zwiebelringe sind wieder glutenfrei, sie sind sehr fettig und auch nicht sonderlich gesund. Und im heutigen Video möchte ich euch eine Alternative dazu vorstellen, panierte Zwiebelringe, vegan und rohköstlich. Für dieses Rezept wird ein Dörrgerät benötigt und ich zeige euch auch in diesem Video, welche zwei Dörrgeräte ich für das Zubereiten von rohköstlichen gedörrten Speisen verwende. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Rezept. Das sind die Zutaten, die ich für die panierten Zwiebelringe benötige. Die Hauptzutat sind natürlich frische Zwiebeln. Ich habe hier acht mittlere Zwiebeln. Dazu benötigen wir noch zwei Esslöffel Zitronensaft und zwei Esslöffel Steinsalz. Das ist zum Marinieren. Und für die Panade benötigen wir Leinsamen. Das sind zwölf Esslöffel Goldleinsamen und zwölf Esslöffel braune Leinsamen. Dann haben wir hier noch zwölf Esslöffel getrocknete Buchweizensprossen. Also wenn ihr euch die Arbeit nicht machen möchtet oder wenn ihr nicht wisst, wie das geht, könnt ihr einfach noch zwölf Esslöffel mehr Leinsaat verwenden. Dann haben wir hier ein Esslöffel Paprikapulver edelsüß. Und hier in diesem Glas befindet sich Mandelmus. Aus dem Mandelmus und Wasser mixe ich eine Mischung, in die ich dann die Zwiebelringe eintauche, bevor sie dann in die Panade aus Leinsamen, Buchweizen und Paprikapulver gewälzt werden. Als erstes schäle ich die Zwiebeln und schneide sie in dünne Scheiben. Die Zwiebeln sind jetzt geschnitten. Ich verwende für das Marinieren eine flache Auflaufform aus Glas. Da gebe ich jetzt den Zitronensaft dazu und das Salz. Und dann werde ich das jetzt schön verteilen und mit den Händen das so ein bisschen einkneten. Und dann lasse ich das Ganze ein bis zwei Stunden marinieren. Das Marinieren bewirkt, dass die Zwiebeln weich werden und durch das Salz auch schon so eine gewisse Würze bekommen. Während ich jetzt das Salz und das Zitronensaft in die Zwiebelringe einmassiert habe, habe ich schon ein bisschen die einzelnen Zwiebelringe, die ja so in einer Scheibe zusammengefasst sind, voneinander getrennt. Während die Zwiebeln marinieren, male ich den Leinsamen und den Buchweizen fein. Und ich mixe weißes Mandelmus und etwas Wasser zu einer Mandelmilch. Die Zwiebeln marinieren jetzt noch ein bisschen vor sich hin. Das alternative Paniermehl ist fertig, sowie auch die Flüssigkeit, diese bisschen dickliche Mandelmilch, in die die Zwiebelringe getaucht werden, bevor sie dann hier in diesem alternativen Paniermehl gewälzt werden. Die Zwiebelringe sind jetzt genügend mariniert. Jetzt geht es ans Panieren. Ich habe hier in eine kleinere Schüssel schon etwas von dieser Mandelmilch gegeben. Die Mandelmilch ist auch ein bisschen dickflüssig, wie ihr hier sehen könnt. Und einen Teil des Paniermehls, einen kleinen Teil, habe ich hier auf diesen Teller gegeben. Es ist wichtig, beim Panieren der Zwiebelringe darauf zu achten, nicht zu viel von dem Paniermehl auf den Teller zu geben, weil das Paniermehl nach und nach so ein bisschen pappig wird und dann nicht mehr so richtig an den Zwiebeln klebt. Das muss man dann entsorgen und frisches Paniermehl nehmen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich nehme jetzt hier so einen Zwiebelring, tauche den da so ein, dass wir so ein bisschen abtropfen. Und dann wird dieser Zwiebelring schön im Paniermehl gewälzt und dann hier auf eine Dürrebene des Dürgerätes gelegt. Und so verfahre ich jetzt auch mit den restlichen Zwiebelringen. So sieht das Paniermehl dann aus, wenn es dann so ein bisschen pappig wird. und nicht mehr wirklich an den Zwiebeln haften bleibt. Und jetzt werde ich dieses restliche Paniermehl entsorgen und neues Paniermehl auf den Teller geben. Eine Dürrebene meines Dürgerätes ist jetzt schon mit panierten Zwiebelringen belegt. Ihr seht, ich nutze den Platz auch immer ganz gut und paniere auch immer so das Mittelstück der Zwiebeln. Das lege ich dann auch immer in die Mitte eines Zwiebelringes, so wie ihr das hier ganz gut erkennen könnt. Und diese Dürrebene schiebe ich jetzt erst mal in mein Dürgerät und dann geht es weiter mit Dürrebene 2. Für die Zwiebelringe benötigt man ein Dürgerät. Wir haben zwei Dürgeräte, die stehen bei uns im Flur, weil wir dafür den meisten Platz haben. Meinen Rehbotschweih habe ich ja schon in einigen Videos kurz vorgestellt. Das ist das rechte Dürgerät. Und seit Sommer haben wir auch ein Dürgerät komplett aus Edelstahl. Das ist das Büso Dürgerät. Ihr seht, ich habe dieses Dürgerät geöffnet. Da sind noch einige Nüsse drin, die ich jetzt in den letzten Stunden gedürrt habe. Ich weiche Nüsse in größeren Mengen gern 20 bis 24 Stunden in Wasser ein und dörre sie wieder trocken und habe so dann gut verdauliche Nüsse, die ich dann in großen Vorratsgläsern lagere. Während des Einweichprozesses wird Fetinsäure neutralisiert und Enzyminhibitoren, die die Verdauung erschweren können, abgebaut. Und wenn ich größere Mengen an Nüssen einweiche, dann wird so ein Dürgerät auch ganz schnell voll. Die Zwiebelringe habe ich schon mit beiden Dürgeräten gedürrt. Das funktioniert einwandfrei. Also ich kann euch beide Dürgeräte empfehlen. Wer eher die plastikfreie Variante wählen möchte, für den ist dann das Büso Dürgerät aus Edelstahl sehr gut geeignet. Ich verlinke euch beide Dürgeräte unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Die zweite Dürrebne meines Dürgerätes ist jetzt auch mit panierten Zwiebelringen und Zwiebelstückchen belegt und diese Dürrebne kommt jetzt auch sofort ins Dürgerät. Das Dürgerät ist schon angeschaltet und dürrt die ersten zwei Stunden erstmal bei 50 Grad. Die dritte Dürrebne ist jetzt auch mit panierten Zwiebeln belegt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Rest übrig. Den werde ich jetzt auch noch mit der restlichen Mandelmilch und dem restlichen Paniermehl panieren und dann auch ins Dürgerät geben. So sehen die panierten Zwiebelringe im fertigen Zustand aus. Ich habe die Zwiebelringe in den letzten 10 Stunden bei 40 Grad dürren lassen. Die ersten zwei Stunden bei 50 Grad, die letzten 10 Stunden bei 40 Grad. Je dünner die Zwiebelringe, umso kürzer ist die Dürrzeit. Diese panierten Zwiebelringe können auch gut bevorratet werden, vorausgesetzt sie sind wirklich gut durchgetrocknet. Ich werde die panierten Zwiebelringe jetzt in ein Bügelglas umfüllen und in mein Vorratsregal stellen. Mein großes Bügelglas ist fast vollständig mit rohveganen, leckeren, panierten Zwiebelringen gefüllt. So esse ich die panierten Zwiebelringe am liebsten mit einer großen Portion Grün, Feldsalat, Postelein und Rettischprossen. Dazu gibt es für mich einen kleinen Gurkensalat, der besteht einfach nur aus gurkengetrockneten Tomatenstücken und Kresse. So kann eine schleimarme Ernährung aussehen. Die panierten Zwiebelringe sind nicht schleimfrei, also sie sind schon durch die Leinsamen schleimbildend, aber durch die große Portion Grün und auch durch die wasserhaltigen Gurken und eben auch die Sprossen wird die ganze Mahlzeit dann eher schleimarm. Dieses Rezept, panierte Zwiebelringe, findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. In diesem E-Book habe ich viele leckere, gesunde, rohköstliche Rezepte für euch zusammengestellt. In diesem E-Book erfahrt ihr auch, warum ich immer eine größere Menge an Nüssen längere Zeit in Wasser einweiche und wieder trocken dürre. So habe ich dann immer einen großen Vorrat an leicht verdaulichen Nüssen in meiner Küche, die wir pur knabbern oder eben auch für verschiedene Rezepte verwenden können. Ihr findet da auch Rezepte für Gemüseschips oder welche Früchte ich dürre oder ich bereite auch schon seit Jahren für meine Jungs leckere Fruchtnaschis zu mit Basis auf Bananen. Dann kann man auch noch andere Früchte hinzugeben oder so ein schokoladisches Fruchtnaschi machen, so als gesunde Schokoladenalternative. Ich setze euch den Link zu diesem E-Book unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Das war es wieder von mir, ein gesundes, rohköstliches Rezept, welches ihr eben auch gut auf Vorrat vorproduzieren könnt. Ihr könnt diese panierten Zwiebelringe wirklich auch in großen Mengen zubereiten. Sie müssen aber sehr gut durchgetrocknet werden. Erstens mal, dass die Zwiebel dann auch beim Essen nicht so brennt. Sie hat ja da auch so eine leichte Schärfe und diese Schärfe verschwindet vor allem dann, wenn sie richtig gut durchgetrocknet ist. Und dann könnt ihr diese panierten Zwiebelringe auch in großen Vorratsgläsern lagern, so wie ich das tue. Dann habt ihr immer leckere panierte Zwiebelringe zu Hause in Rohkost und das ist wirklich ein gesunder Snack für zwischendurch. Ich bereite diese Zwiebelringe auch gern zu für verschiedene Rohkosttreffen, Potlucks. Da kommen diese Zwiebelringe immer sehr gut an. Ich freue mich über eure Meinungen zu diesem Rezept. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.